Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden, fantastischen Folge hier bei der Warzog mit der himmeligen Ellie. Hallo. Hallöchen. Ah, was himmelst du dir so rum? Na, Jesus, like Jesus. Danger, like Jesus. Ja, ich kann's halt. Mit deinem Jesus-Latschen. Woo, du siehst so doof aus, du siehst einfach nur total hemmert aus. Ich kann's halt, ich kann's halt. Leute, schön, dass ihr wieder mit da seid. Äh, wir haben Bock, neue Folge, neues Glück hier und wir müssen zum Händler. Ja, wir gehen jetzt nochmal hier eine Quest abholen und machen, because jetzt da 3,6 Kilometern zur Jem zu fahren. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht, dann nicht. Das schaffen wir nicht. Wir kriegen wahrscheinlich erstmal eine Dings hin, eine, äh, eine Quest und das war's dann. Ja. Na, was denn? Ich mach schon zu, keine Sorge. So, ich nehm mal hier, äh, ich nehm hier, ich nehm hier, ich nehm hier beseitige Zombies in 480 Metern. In dem, in der Wagner-Residenz. Oh, look who's tired of eating out of dumpsters and finally ready to... Unbelievable. Ich hab gar nichts. Ich hab zweimal Strom in der Herstellung, vergrabene Schätze. Auf Stufe 2. Dann machen wir jetzt meine hier. Auf Stufe 2 hast du bei dem schon Quests? Jo. Ach, tatsächlich, die ist auch Stufe 2, die ich jetzt angenommen hab, okay. Ja, komm. Warte mal Sekunde, ich guck mal, ob der eine gute Einsat. Ich hab im Übrigen, äh, zwei neue Updates für die Warzook her, Sombura. Was wir nicht gezogen haben. Ja, wir können's halt. Wollt's ja nur gesagt haben. Wollen wir mal deine Zweier. Das ist natürlich kacke, wenn du nur Nachtquests hast, ne? Ja, die mach ich hier nicht. Nicht, nicht mit der Ausrüstung, die wir haben gerade mal. Ja, Leute, und ihr könnt jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wer wird heute sterben? Niemand. Und wenn, dann du. Bitte? Warum? Ich bin jetzt zweimal wegen dir gestorben. Was? Wieso bin ich... Wegen mir? Ja. Ein eigenes Verschulden. Immer in mein eigenes Verschulden. Ich warn dich, dass da eine Witch kommt, weißt du? Und deshalb bin ich schuld. Ja. Deshalb bin ich schuld, weil du mich warnst. Weil du rumgeballert hast, du Sack, ey. Du hast doch selber rumgeballert mit deiner MP5. Ich glaub, ich spinne hier. Ja, wusste ich, wusste ich ja. Aber hat ja nichts genützt. Weißt du, sie ballert rum wie eine Kesselflickerin, ne? Ja, ja, ja. Wenn ich hier, äh, die Zombies, äh, totknüppel. Oh, blabi, blub, hier, guck mal, piss off, das ist das Ding. Oh, nee. Nee, ach, ist das der Animal Horror, oder? Ich glaube, nee, das ist hier Wagner-Residenz, stand da. Äh. Versuch, da kommt ein dicker Bernd. Hab ich jetzt Wagner-Residenz gesagt? Dicker Bernd, dicker Bernd. Da war der dicke Bernd. Der wäre gemeint. So, hier, komm, annehmen. Hier, das Bon-Auto, Leute. Der gute Bon, wer kennt ihn nicht? Bon, Bon. Langsam kesselt das hier. Was ist denn da los, Helli? Lecko. Was ist denn da los, Helli? Komm mal doch nicht rein. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist denn da los, Helli? Komm. Hoch das Strippchen. Das sieht aus, ey. Ah, hier liegt was, hier liegt was Glühendes. Zombie-Kuppi-Miti. Du hast doch, äh, Pfeil und Bogen, ne? Ja, ich bin aber wieder unten. Ne, ich hab keine Pfeile. Hast du keine Pfeile? Was ist los, so ein Pyra? Kommen wir da nicht hoch? Ne. Ich bin runtergerutscht. Ja, den sollten wir schnell wegmachen. Da liegt noch ein nackter. Der hat 2000 HP. Wir können den wegballern. Ja, dann. Ah, das ist erst mal den hier. Warte, genau. Kommt Miti jetzt auch, oder was ist los? Ne. Oh, da. Oh, was ist denn? Was ist denn? Nee. Helli. Nee. Ah, ah. Ah, ah. Wo bist du? Wo ist der? Alter. Von Hürra. Wo ist meine scheiß Schwapfe? Bin ich wieder schuld gleich, oder was? Oh, lecku. Lecku. Uh. Uh. Ah. Komm runter hier. Komm runter hier. Komm runter hier. Ich komm runter. Ja, ja. Ich komm runter. Alter, gut. Alter, der hat... Alter. Halt der sich. Jetzt ist meine Waffe kaputt. Er kriegt gar keinen Schaden, ey. Ich... Meine Waffe ist kaputt. Du, 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 du. Ich kauf mir gleich den Dutt. Ich hab ihn weg. Ich hab ihn gekillt. Was? So schnell? So, ich bin halt Killer. Okay. Ich hab halt ein... ein tötendes Wesen. Ein tötendes Wesen. Ah. Oh, das ist ein Feral-Ur-Feraler. Äh, radiated. Hier unten drin, oder was? Nee. Gegenüber. Aber der könnte kommen. Ja. Geh von hier unten rein. Ey, 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 Leute, ey. Die hat alles aufgespuppelt hier. Wieso ich? Ähm... Da hätt's was drin explodiert, oder hast du jetzt, äh... Ah! Entschuldigung. Oh, Achtung, da ist ein ganz schneller. Mit krass grünen Augen. Ja, krass grüne Augen, ey, Freund. Alter, Falter, ey. Ist hier schon eine Witch? Nee, nee. Okay. Wo bist denn du rein? Buh, 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 da ist ein Cop raus. Ah, okay. Da kommt der Feral Ride. Pass auf. Aber Quest ist fertig, ne? Ja. Der hängt da in der Ecke. War das der, wo du gerade sagtest, der könnte kommen? Jupp. Ah, du machst mehr Schaden mit deiner... Mit deiner Schütze. Ja, komm mal her, knüppel dir. Komm, Kollege. Komm, tschung. Und hung, bum. Oh, tschung. Ui. Komm doch. Aua. Aua. Hat der Ehrgeiz gepackt. Ich kriege ich... Oh, oh, oh. Oder er mich. Da kommt die nächste Schnelle, ey. Hau doch mal ab, ey. In dieser Mod kannst du nicht nur Feralds geben, ey. Ja, es ist schon... Das ist schon extrem... Der Mieti, der war jetzt echt krass. So schnell hier an der... Weißt du, weil ich so schnell hier an die... Wegen der Pistole gelootet habe, ne? Ganz normal glooten hier. Willst du... Entschuldigung, dass ich mitspiele. Damals immer... Nein, die packen mich in die Toilette. Wenn ich Dünger brauche, scheiße, ich aufs Feld. Weißt du, hat er... So sieht's aus. Und jetzt, wo Pistolen drin sind, ey. Oh. Bek da, du Zambyra, du Schabracke. Ach, guck mal, das war doch episch. Wenn ich Dünger brauche, scheiße, ich selbst aufs Feld. Haben damals alle gefeiert. Na, die hatten halt Angst gehabt, das Doof. Ihr Scheldscheiß. So. Wacke, la quack. Ich da noch einen Hund? Okay. Ah, so. Ja, also Mity, ich hab jetzt echt gedacht, Mity, gib uns jetzt den Rest. Ich hab Bücher für dich. Sehr gut. Kleiderhaufen übersehen hier. Was? Kleiderhaufen übersehen, da waren Dings drin hier, sondern... ...hat verbrauchen hinterher. Mal mitnehmen. Ganz wichtig. Ja. Hier. Hier. So, ja, das war, äh... ...ein crasser Zombi. Ha, der Mity. Ich wusste gar nicht, dass der das ist. Der Mity? Ja, ich kannte den auch vorher noch nicht. Hat's dir noch nicht vorgestellt. Hab gesehen, ich ziehe neuer Nachbar ein, aber... Ich kenn den aus einer anderen Mod, aber, äh... Ich glaub, den gibt's sogar auch in der Prepo, ne? Kann das sein? Boah, das weiß ich nicht. So eine ähnliche gibt's in der, äh... ...in der DF, ne? So Titans. Aber ich hab schon im... Also ich mach ja immer die, äh, also ein Kreativspiel für meine Thumbnails, wo ich dann einlogge und da hab ich auch schon mal ein, zwei Zombies spawnen lassen für ein schönes Thumbnail. Und da hab ich gesehen, dass das da wohl richtig harte Boss-Zombies gibt, ne? Also wir werden da noch richtig Spaß haben. Also das wird nochmal... Ach komm, gleich am Anfang schon, die absolute Action ist doch auch gut. Oh, die totale Installation! Oh, nein, lieber nicht. Ui, 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 Zombierer. Was denn? Da darf man nochmal Witze machen über das Arschloch von früher. Warum? Ja, noch eine nehm ich jetzt nicht an, ne? Ja, ja. Dein Job, deine Rules, alles klar. Boah, ey, aber der hat mich jetzt echt, der Mieti hat mich jetzt hier aus dem... Ja, die kommt so aus dem Leben gerüttelt, ne? Ne, das nicht. Aber, äh... Da war ich jetzt schon erschrocken. Da warst du verzückt. Ne, verzückt nicht, erschrocken. Hat's ein Erschreckerchen gemacht. Ein kleines Erschreckerchen. Guck mal, eine HD-Auger. Ja, kauf mal. Dann stelle ich mich hinter dich hin und dann augere ich die ganze Zeit. Bin ich aber fünf Kilometer weiter weg von dir, das kann ich dir aber sagen, wenn du augerst. Pack die Orga dann hinten bei dir am Dings dran, ey. So, weißt du, ich hänge die um den Hals und du rennst dann panisch weg und die Orga immer hinterher und die Zombies alle hinterher. Ja. Ja. Kann man die Quest doch schneller fertig bekommen als gedacht, ne? Ja. Sagen wir hier mal in den Dings rein, hier vorne. In den... Wie heißt das denn hier? Du willst hier in den Gunrage rein? Ja. Mal reingucken. Haben wir Mollis? Äh, ich weiß nicht. Wenn wir Mollis haben, können wir das mal testen, hm? Geh mal gucken. Ich geh einfach mal ganz vorsichtig so. Äh, bitte mit Mollis. Ich hab keine Mollis. Doch, wir haben Mollis. Ich geh nur ganz kurz gucken. Ja, warte, ich warte auf dich, dann komm mal her. Ach, du bist vorne drin, oder was? Nein, hier. Ja, doch, komm mal hier zur Seite. Hier. Ja, hier geht noch. Ja, da hinten geh ich jetzt nicht rein. Ja, da dachte ich, willst du gucken gehen? Nein. Ich will hier gucken, wo der gute Stoff... 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 Ach, weißt du. Der gute Stoff. Der gute Staff-Stoff. Stoff-Stoff. Stoff will die Stoff. Das, das, du... Do you know what I'm... Die grüne Warnmenge. Nee. Hahaha. Das ist... Hallo? Is anybody on the floor? Is anybody inside? Warte mal, ich mach mal hier die Tür zu. Die Tür zu. Ich weiß genau, was die getriggert werden. Ich weiß genau, wo die gleich getriggert hier. Hier wird nix getriggert. Doch. Gibt's hier vorne. Okay. Guck mal, ich hab Athleten-Handschuhe. Sehr schön. Hab ich die jetzt gescrabbt? Nein, hab ich nicht zum Glück. Oh, ich hab ne Burning Shaft Mode. Sehr schön. Das freut mich für dich, Hallie. Das freut mich. Ja. Und ich hab noch Bücher für dich, Schnuckelchen. Schnuckelhase. Ich bin 27-fach überladen. Ja. Weil lootest du auch wie ein Geier. Ja. Du musst ja looten wie ein Geier, sonst komm ich ja zu nix. Du klaust mir ja mal alles. Vollstrecker-Outfit hat der mir geklaut. Welches? Ich hab da überhaupt gar kein Vollstrecker-Outfit an. Oder in Forza. Ja, auch nicht. Doch. Was hast du denn da für ein Equipment an? Äh, keine Ahnung. Ja, doch Vollstrecker. Aha. Ja, ich hab's gefunden. Ja, nachdem ich den Weg freigemacht hab. Bist du schon an die Piste ran. Ja, genau. So sah das aus, Leute. Da oben auf dem Dach. Bei dem komischen, äh, Zombie mit der Kettensäge. Oh, ich hab nen roten Tee. Das ist gut. Guck mal hier. Ich hab Bücher für dich, Schnuckelchen. Komm mal her. Okay, also pass auf, du kriegst hier. Da, da, äh, äh. Was ist hier mit Grundausbildung zum Feuerwehrmann? Ja, kannst du ja auch lernen. Das ist ja für uns beide. Ja, ja, ich, ich... Handbuchautomatisch, nee, das lerne ich. Lerne ich auch mal. Guck mal hier, willst du Handschuhe haben? Hier. Die hab ich. Die hast du. Ja gut, dann pack die in die Rüstungskiste. Ist ja nicht schlimm. Oh, ich hab nen Propantank. Ach nee, ich hab die Assassinen, äh. Kann ich denn da mitmachen? HD-Divers-Tank. Wo haben wir denn? Wir haben gar keine Kiste für die Outfits, ne? Ey, wir können hier... Wir können hier tauchen. Ne, wir können aber hier... Ach so, das ist... Da ist schon das. Mach jetzt in die Schnuppenmuffelkiste rein hier. Ja. In die muffelige Kiste. Ich hab gedacht, du willst da hinten rein, hier hinten, da, wo du mainlootest. Nein, bist du wahnsinnig? Da geh ich doch nicht rein. Nö, jo. Beim jugendlichen 19 hab ich gedacht, du machst das. Haben wir keine Modskiste? Äh, warte mal. Waffen? Wir brauchen mehr Kisten. Ja. Ich nehm mir mal hier die... Dings noch raus. So, Garden. Ähm. Ich muss erst mal... Ich muss erst mal hier durchfummeln. Und mir wird nicht gefummelt. Sonst willst du doch auch immer. Nein. Das denkst du immer nur. Nö, das sagst du immer. Fummelt mal gegen meinen Willen. Elli. Würdest du noch ein bisschen an mir rumfummeln, bitte? Genau. Genau so sag ich das, ey. Hast mich aber gut imitiert, ey. Du kannst heute wieder mal ein bisschen an mir rumfummeln, ey. Alter. Alter. Oh, wenn das Video noch grün bleibt, ey. Uiuiuiui. Sag mal, wo soll ich denn das Propangas reinpacken? Bei Munition? Oder wo willst du... Propangas ist doch Benzin, ne? Ne, da kannst du, äh, äh, dir Taucherflaschen rausmachen. HD-Divers-Tank. Hm. Keine Ahnung. Bottle used in the crafting Scuba-Tank. Ja, ist zum Tauchen. Ich packe das mal hier bei, äh, nee, bei Tools rein. Okay? Ja. So. Wo willst du die Farbe denn hinhaben? So, gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Die Schmuffkiste, ja, ich hab schon. Hier, Schmuffkiste. Warte mal, in meinem Fahrrad ist, glaub ich, auch noch ein bisschen drin, ne? Wanderhode. Ja, dann hauen wir die noch weg. Wanderhode, wie das duftet. Ah, nee, in meinem Fahrrad ist gar... Oh Gott, ist das Fahrrad. Ich vergesse das immer, dass das so geil groß ist. Also, da hinten ist auf jeden Fall... Und die rennen alle, ne? Also, nur zu deiner Info. Okay, du gehst voraus. Ja, wir haben halb zehn, meinst du, bist du wahnsinnig? Also, in Vanilla hätte ich jetzt gesagt, ey, no problem. Oder in der Prepokalypse hätte ich jetzt gesagt, ey, komm. Hier holen wir uns. Aber hier traust du dich nicht, ne? Nee. Bin ich nochmal sterben. Mir ist zu gefährlich hier in der Brose. Warum hab ich denn eigentlich keine Pfeile? Was ist da los? Ich hab keine Ahnung. Hattest du dir nicht welche hier Dings ausgebrannt? Nö. Aber kann ich mal machen. Ach nee, da haben wir den... Da haben wir den, äh... Den Topf und den... Oh, nee. Den haben wir gefunden. Nee, den hab ich rausgebrannt. Ja. Ja, da hab ich gemacht. Oh, Entschuldigung. Äh. Guck mal, wir haben hier Treasure Trader Bob und Treasure Trader Jen. Da haben wir noch zwei, ähm, Schatzkarten. Red und Jen, die hab ich auf der Map aufgedeckt. Die hab ich aufgedeckt. Wieso hast du denn Jen aufgedeckt? Nee, die hat die Treasure Trader direkt. Das... Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, und nu? Da steht nix. Findet ihr einen Schatz? Das ist ein Schatz. Gibt zwei Stufenaufstiege. Bist mich schon wieder so lüstern an. Warte mal, sind das die... Komm mal her, bitte. Kunde? Komm mal bei die Mama hier. Die Mama, die jünger ist als ich. Komm mal weg davon, die Assis. Guck mal hier in die Kiste bitte rein. Sind das die, die du hast? Das ist Bob und Jen und ich hab, äh, Rekt und, äh... Rekt und Jen. Also auch aus diesen Treasure Dingern hier, oder was? Jo, jo, jo. Warte mal, dann lese ich die mal. Ja, das ist einfach nur, da können wir einen HD-Schatz finden. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich hab die jetzt einfach mal angenommen. Sollten wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Ja. Dann ist die Folge jetzt ein bisschen kürzer heute, oder was? Ja, wir machen ein bisschen kürzer. Okay. Dafür hatten wir gut Geschrei. Action war... Von Büratieli wieder den Arsch gerettet, wie immer. Alter, äh... Musst dich nicht bedanken. Komm wieder aus der Hocke hoch. Äh, ich... Alter. 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 Weißt du, ich, ich hab so liebe Zuschauer, ja, die bei mir schreiben und hoffen, dass sie nicht irgendwie sexistisch werden und du, ja, du, hast jetzt so ein alter Vater. Dann war der alte Som-Helf-Flair. Ist doch bescheid, Leute, ne? Früher waren wir nur so drauf. Ja, das stimmt. Früher waren wir schlimm. Früher waren wir echt schlimm. Wir sind mittlerweile ganz lieb. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich will keinen auf die Füße getreten haben. Das war ein doofer Witz. Ich distanzier mich von meinem doofen Witz. Echt? Da muss man ja so mal sagen. Pfff, das wird man ja gecancelt. Morgen sehe ich auf Twitter auch so einen Büro, der alte Sexist. Ja, aber ernsthaft. Weißt du, mit deinem Stachel, wo sieht das aus? Was, 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 sag mal, was guckst du mir denn immer so auf die Füße? Ja, weil ich, ich guck dir nicht auf die Füße, ich guck dir ins Gesicht. Achso, und deshalb bist du in der Hocke. So klein bin ich auch nicht. Ja, ich bin... Sie ist einfach so unfassbar... Oh Gott, nee, komm, geh weg, ey. Ah, ist das doof, ey, ist das doof. Oh mein Gott, ich kann dir ins Gehirn gucken, aber da ist nichts drin. Stehst du, ne? Ja, ja, ich guck mich auch. Ja. Oh, Pudelpeter noch einen? Ja gut, du hast die Anmod gehabt, komm. So, jawohl, ihr Lieben da draußen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, Däumchen ist ein Träumchen. Support kein Mord, vor allem Päuschen an dieser Stelle. Ähm, ja, die Leute von mir, guckt doch mal gerne bei Helly vorbei und lasst da auch mal ein Däumchen und ein Abo da. Würde mich mega freuen, dass wir mal vielleicht die Leute ein bisschen hin und her schieben. Ja, dass, dass, dass der eine, der einen anderen Kanal mal kennenlernt, das ist ja immer so das große Ziel von so einem Together. Ich bin eine ganz, ganz Liebe, wirklich. Ja, ich auch, auch wenn ich einen doben Witz gerade gemacht habe. Liebe Leute von Helly, habt keine Angst, ich weiß nicht. Hab nur eine große Klappe, aber ich bin ein ganz lieber Mensch. Kann Helly bestätigen. Ja, das stimmt. So. Und in den Türen steht er auch gerne. So, jetzt mach auf. Gar nicht wahr, dann bin ich unschuldig. Ja, bist du nicht. Doch, doch. Nein, nein. So, Leute, vielen lieben Dank für alles. Däumchen, Träumchen, Support, komm auf, gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Tschüss. Bye, bye.